Hey, willkommen zu einer weiteren Minigolf, heute zusammen mit dem... Abonnier-Zombie. Was? Hä? Nein! Nein! Komm mal, Manu! Oh, nett, dass du uns auch mal besuchst. Okay, ich mach einfach... Mach einfach so. Ich hatte heute eigentlich vor, etwas anderes hochzuladen. Allerdings wird das nicht möglich sein, weil das sonst um 88 Uhr kommen würde. Ich mach's anders. Weil ich cool bin wie ihr. Wow, du bist echt sexy. Sind das immer noch so Maps, die man mit einem Schuss schaffen kann? Ja. Und ich mach immer wieder denselben Fehler. Mann, aber was ist das Gleiche? Ey, wie soll man das denn mit einem Schuss schaffen? Ich schieß mich höchstens immer zurück da an der Stelle. Wenn du nicht glaubst, dann geht das. Ne, ich glaub nicht an mich. So, ich zeig's gleich, wie's geht. Denn ich, ich hab den Bogen raus. Ich, ich bin nicht dumm. Doch Mamon, der dumm Vicky, kommandieren die Lächer rum. Es ist so schlimm für den kleinen Delay. Ne, 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 ne. Weiß ich nicht. Pokus, Pokus, Zauberei 1, 2, 3. Peter Pan. Guck, so geht das. Ah. Ja. Schau mal, er hat an sich geglubbt. Ja, ich hab immer mich geglubbt. Und ich bin immer gut. Ja, ich geh nochmal zurück. Tschüss. Ja, schau mal. Ich paga ihn. Ich paga ihn, du kannst einpacken. Ja, guck, ich auch. Ja, cool. Ey, das ist doch die behinderte Stelle, die es gibt im ganzen Video. Scheiße, Leute. Nein, richtig leicht. Scheiße, Video. War das Leichteste, was ich jemals gespielt hab in meinem Leben. Achso, ich bin dran. Ja. Ich warte hier ganz nett. Oh. Hallo, Manu. Hey, na, schubst mich. Ich bin dran. Ich bin dran. Alter, ich bin gegen die Spitze davon geflogen. Krass, und er ist wieder beim Start. Cool. Ja. Ja, habt aber auch Pech. Ja. Nein, 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 ja. Ja, 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 komm, 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 oh. Ich hab schon verloren. Ich werde da nicht mehr heute durchkommen. Ja, genau das habe ich gesagt. So klingst du. So wollte ich auch klingen. Alter. Das wollte ich nicht. Ja. Du hast aber auch ein Pech. Ja. Ja. Oh, Mann. Probier es doch einfach mal ernsthaft. Komm, bei Puckmacher. Jetzt ist er da, wo er vor zehn Zügen schon war. Ja, hat sie gelohnt. Ah, die kenne ich. Die kenne ich. Kennen sie alle. Okay, geht. So. Oh, Alter, hättest du mich angepackt, ne? Sag dir. Hättest du mich berechtigt, ich sag dir. Oh, danke. Bitte. Voll nett. Ja. Sie sind ja richtig putzig zueinander. Ja, 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 putzig. Ah. Danke. Kein Problem. Für diesen guten Morgen. Anstoß. So. Oh, das Spiel ist voll verbuggt. Oh, nee. Voll verbuggt, das Spiel. Voll verbuckt. Ja, verbuckt. Alter. Nein, nein, oh, Gott sei Dank. Er ist da nicht dran. Dillay, du hast den ähnlich wie ich? Hm, bitte? Du hast ja auch gesagt, please. Ja, das habe ich dir doch erzählt, Gab, dann hast du dich auch so genannt. Hast du? Ja, habe ich. Sonst wäre es echt ein krasser Zufall. Ja, guck mal, der hackt. Habe ich Alzheimer. Ja, nein. Kick mich, kick mich, kick mich. Kick mich rein. Ja, ja, ja. Oh, fick dich doch, Alter. Ein Schlag muss man auch sagen. Okay, ich mache einfach jede Map so lange, bis ich aus-time. Okay. Das sieht ja. Am Ende landest du immer wieder am Start. Zurück zum Start. Back to the roots. Das ist Zombies Motto. Ja, Zombies, mach mal hin. Das Video soll nicht so lang werden, ne? Muss er wieder gucken. Oh, Mann. Das ist doch nicht wahr. Nein. Nein. Böse Kugel. So, und jetzt ballerst du da rein, aber nicht genau, weil du ja nach unten gedrückt wirst. Danke. Also nach oben, besser gesagt. Ja. Komm schon, komm schon. Das war ja klar, ey. Das war echt klar. Ja. Ich habe es geschafft. Oh. What the hell is this? Holy shit. Oh. Wow. Wehe, einer packt mich an. Um es in deinen Worten zu sagen. Ach, scheiße. Ich wollte über achtfache Bände machen. Ja, cool. Mach den Gangster-Trick jetzt. Ja. Tada. Da, 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 da. Yeah. Ja, lieber geduldig, anstatt dass ich jetzt wieder hundertmal in der Kacke lande. Zurück zum Start. Geh nicht über los. Ich pack aus. Zurück zum Start. Tackle, Tackle. Ja, perfekt. Fast, ja, durchaus. Ich mach nochmal den gleichen Fehler. Und ja. Ich pack aus. Wenn wir längst im Ziel sein können, wenn ich nicht so ein gieriger... Du passt da nicht durch, glaube ich, oder? Doch, kann ich. Pass ich. Ich bin ja nicht so fett wie ihr. Oh nein, ich wollte es doch gewinnen. Stoß gegen den anderen, kannst du... Okay. Halt nicht. Ja! Fett, Sack. Wehe, du berührst mich, Zombie. Ja! Wehe, du berührst mich und kick ihn auch rein. Okay, damit konnte ich ja nicht rechnen. Oh, ich bin dran. I'm so friendly. Oh Gott. Die saugen dich an, das sind Magneten. Ja. Die sind schwul. Ja, ich mag schwule Magneten. Hallo. Ey, wie behindert diese Map auch ist, ne? Wie oft wir jetzt so... Oh nein! Zurückgekickt wurden. Ja, danke. Ich habe die geschafft, glaube ich. Niemand. Hallo. Hi. Oh, ist das so... Hi. Boah, Alter, wie viel muss man denn hier reinhauen, wenn man wegkommt? Boah. Na so, Zombie-Tipp, hau so richtig rein. Nein! Ah! Ah! Kleber da oben, ne? Klaus Kleber. Ja. Ich mag Kleber. Ei. Hörst, kannst du mal aufhören, in meinem Sichtfeld zu liegen? Ah! 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 Oh! 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 Danke. Sorry, ist vorbei. Irgendwas zieht mich zu dir hin. Ja. Freue mich schon, bin zu einer. Oh, fuck. Ein Gemeinschaftsprojekt, Leute. Aha. Wir miteinander nicht gegeneinander. Du schaffst es nie, Delay. Ne. Richtig nett zueinander. Richtig nett. Aber ich verstehe nicht, wie... Ja! Oh! 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 Ich gewinne! Oh! Ja, Leute, ihr müsst auch richtig reinknallen, nicht so possehaft. Ach, guck, das passiert, wenn ich zu stark reinhaue. Derb ich. Oh nein, ich hätte das gewinnen sollen. Nee. Jetzt wird Dario einfach echt letzter, das ist so heftig. Ja, wenn er so spielt, dann... Hä, nein, wir haben doch schon genug Zuge bei der Map gebraucht. Das ist so richtig reink. Tja, ich bin der Führer. Oh, der wäre so gut gewesen. Mano. Oh, Mano. Also, man zieht da hin und macht dann einfach so. Perfekt. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Schade. Na, obwohl? Nee, ist mir ein bisschen zu knapp. Irgendwie schon, ne? Aber anders kann es gar nicht gehen, glaube ich. Mit einem Zug. Wie soll er sonst gehen? Ja, aber hä? Ich probiere das, ich bin eh ein bisschen weit hinten. Wenn schon ein bisschen fester. Ja, Manuel, das ist noch ein bisschen fester. Das fuckt mich ab. Nee, nee, man braucht, man ist super schwach, sonst kriegt man nicht genug Kurve rein. Ich brauch mehr Kurve. 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 Nee, 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 nee. Das war viel zu schwach. Viel zu läppisch. Hi. Hi. Kannst du mal ins Ziel gehen? Dann muss ich nicht so lange warten für meine Versuche. Okay. Okay. Kein Problem. Ja. Hui. Bisschen fester noch. Bisschen fester noch. Bisschen fester noch. Ja, ja, woi, woi. Bisschen fester noch. Nur ein bisschen. Das war ein bisschen. Das war ein bisschen. Das ist... Ja, das ist aber so... Nein! So Pixel-Sachen. Wenn du jetzt noch vor mir da reinkommst. Ich hasse dein ganzes Leben. Kick ihn einfach weg. Kick mich einfach weg. Genau, kick ihn wieder nach links. Nein! Er schafft's noch vor ihm. Wie geil. Oh mein Gott. Nicht heulen. Ich bin Sieger der Herzen. Ich hab einfach das Cola geschafft. Ne, wirst du nicht. Ich bin Sieger der Gewinner und Sieger der Herzen. Okay. Schade. Schade Schokolade. Lecker. Lecker. So, so. Pau. Danke. Pau. Alter. Ja! Ich hasse dich so sehr. Das wäre so cool gewesen. Wir wollten zusammen gegen Manu arbeiten. Ich wollte auch nicht gegen dich fliegen. Zusammen gegen Manu, weißt du? Jetzt wollen sie wieder richtig fair spielen. Ja. Na klar. Man muss immer im Team gegen dich spielen, sonst kann man ja gar nicht gewinnen. Oh, nee. Ja, genau. Deswegen bin ich jetzt gerade auch ganz hinten. Ist okay. Ja, und gleich hast du wieder gewonnen. Hm? Wer? vad.? Wer? Du kommst jetzt da rein, wenn du jetzt da reinkommst. Wie soll ich da nicht reinkommen? Nein, du schon. Aber Manu nicht, meine ich? Achso. Oh. Alter, bin ich... Delay könnte safe sein. Delay könnte safe sein. Aber Manu könnte auch safe sein. Delay könnte Manu auch aufhalten, dass ich aufhole. Ja, aber du kannst immer gewinnen, weil man hier nur 10 Züge verbringen kann in einer Runde. Ich weiß. Ich bin nicht mehr aufhaltbar, außer ich kipp mich selber zurück. Und der Gewinner ist... Ach, Dario. Gut, werd klein. Werd klein, werd klein. Nee! Ha, du hättest, alter Zom, hätte ich noch fast aufgeholt. Oh Gott, Alter. Stimmt, lol. Hab ich gar nicht gesehen. Ich hab so kacke gespielt. Ich hab mich doch bezahlt, dass ich verliere und jetzt gewinne ich auch noch fast. Kriegst du wohl dein Geld nicht? Ja, wohl doch, du hast ja verloren. Ja, eben. Ja gut, bewerte den Part. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Guckt in die Videobeschreibung. Da sind die Behinderungen verlinkt. Bis dann. Tschüss. 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 Nein, schuess. Ja, schuess. Weihnacht Series. Ja, schuess. Rain. Ja, schuess. Wie? Ja. Abs derive.